Heute installiere ich mit dir Edgard auf einem Raspberry Pi. Hi, ich bin Holger vom BloginTechBlog und ich habe DietPi auf meinem Raspberry Pi 02b installiert. DietPi ist meine favorisierte Linux-Distribution für Single-Bord-Computer wie zum Beispiel ein Raspberry Pi. Die Grundinstallation habe ich dir schon mal gezeigt. Das Video verlinke ich dir hier oben oder auch unten in der Videobeschreibung. Unter DietPi sind Softwareinstallationen ziemlich einfach und ich möchte mir gerne heute mit dir gemeinsam Edgard anschauen. Edgard ist ein Werbeblocker, ähnlich wie Pihole. Der Vorteil ist, die Benutzeroberfläche ist etwas moderner und Edgard stellt dir auch noch einige Webdienste zur Verfügung, die du ebenso nutzen kannst, wie Kindersicherungen oder bestimmte Dienste zu sperren und so weiter. Das werden wir uns jetzt Schritt für Schritt mal anschauen. Du kannst auch die Sperrlisten, die du bei Pihole benutzt, auch in Edgard implementieren. Wie das geht, zeige ich dir. Ist eigentlich alles ganz einfach. Der Knackpunkt ist nur die Einstellung deines Routers, damit nicht nur IPv4 als DNS zur Verfügung steht, sondern auch IPv6. Das ist etwas komplizierter, aber auch das gehen wir in dem Video Schritt für Schritt durch. Wenn wir die Grundkonfiguration durchgeführt haben, können wir mit der Softwareverwaltung von DietPi ganz einfach Edgard installieren. Und neben Edgard wird auch noch Unbound installiert. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Besser geht es eigentlich nicht. Meine Erfahrung mit Edgard auf dem Raspberry Pi ist durchaus positiv. Und ich bin tatsächlich am überlegen, kleiner Spoiler, meinen Pihole durch Edgard zu ersetzen. Aber jetzt genug gebabbelt. Wir schauen uns einfach mal die Installation Schritt für Schritt an. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach unten einen Kommentar in die Videobeschreibung. Und über einen Daumen nach oben und ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Dann gehen wir mal einfach die Installation Schritt für Schritt durch. Die Installation von Edgard erfolgt auf meinem Raspberry Pi Zero 2W. Das ist der ganz neue mit ein bisschen mehr Power, vier Kernen und so weiter. Wie man dort DietPi installiert, habe ich schon mal in einem Video erklärt. Und den Link dafür siehst du unten in der Videobeschreibung. Für Edgard gibt es auch eine Dokumentation von DietPi. Dort steht nochmal alles drin, wie man die Webseite erreicht, beziehungsweise das Webinterface, und wie man das dann konfigurieren kann. Und das wollen wir uns ja jetzt im Einzelnen anschauen. Okay, ich habe mich auf meinem Raspberry Pi verbunden mit SSH, Root und meinem Passwort. Als erstes gehen wir in die DietPi Software. Und hier suchen wir nach dem Software-Paket, das wir installieren möchten. Wir können natürlich hier die ganze Liste durchbrowsen, aber wir wissen ja, was wir installieren wollen. Also klicke ich hier mal auf Search Software. Und dann gebe ich mal ein Edgard. Und dann bekomme ich das Paket 126 angezeigt. Das wähle ich mit Space aus und gehe auf OK. Und bestätige das mit OK. Und jetzt werde ich darauf hingewiesen, dass Edgard natürlich nur Sinn macht, wenn ich eine statische IP-Adresse habe. Diese habe ich bereits vergeben. Wie das funktioniert, siehst du in dem Video, was ich dir unten verlinkt habe. Und ich habe diese und deshalb kann ich einfach hier mit Cancel das überspringen und gehe hier unten auf Install. Dann sagt er mir noch als Hinweis, dass ich als Software-Passwort, das ich ja bei der Installation vergeben habe, dieses brauche, um mich dann bei der entsprechenden Paketverwaltung bzw. bei Edgard anzumelden. Und jetzt sage ich OK. Und die Installation beginnt. Und die Installation ist nun abgeschlossen. Und ich möchte dir noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar ist dir mit Sicherheit aufgefallen, dass er nicht nur den Edgard installiert, sondern auch Unbound. Unbound ist ja ein Reverse-DNS. Sprich, du kannst dort die DNS-Anfragen direkt über die Root-Server durchführen und fragst nicht einen Provider, so wie Google oder wie Cloudflare oder welchen DNS auch immer. Und das ist hier ganz charmant. Das heißt, das wird alles in einem Schritt installiert. Da müssen wir uns später gar nicht mehr drum kümmern. Okay, ich melde mich jetzt mal an der Web-Oberfläche an und dann gehen wir mal in die Einstellungen von Edgard. Ich habe schon mal einen Browser vorbereitet. Ich melde mich mit Admin an und dem Passwort, was du bei der Installation von DietPi angegeben hast für das globale Software-Passwort. Ich drücke Enter und bin in der Benutzeroberfläche drin. Das schaut jetzt so aus. Hier siehst du die Statistiken, die DNS-Anfragen, was gesperrt wurde, was Phishing war und so weiter. Da steht jetzt natürlich noch gar nichts drin, weil wir den ja noch nicht verwenden. Bevor wir den verwenden, können wir hier erstmal ein paar Grundeinstellungen durchführen. Und die gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Ich gehe mal auf Einstellungen, Allgemeine Einstellungen. Hier kannst du sagen, wie der Aktivierungs- bzw. Aktualisierungsintervall der Filter sein soll. Also du kannst Filter hinterlegen und die werden dann alle 24 Stunden auf Aktualisierung geprüft. Du kannst auch hier anhaken, dass er den Edgard-Server nochmal nach Webseiten befragen soll, die irgendwie unsicher sind und die geprüft werden. Da wird einfach nur ein Hash übermittelt und wenn der gleich ist auf dem Server, dann wird diese Webseite gesperrt. Weiterhin kannst du auch Edgard-Webservices für Kindersicherung verwenden. Das bedeutet, dass Clients, die auf Inhalte zugreifen, die möglicherweise jugendgefährdend sind, Pornografie oder irgendetwas, wird das dann auch entsprechend geblockt. Das hake ich hier auch mal an. Und die sichere Suche kannst du den Google-Duck-DNS und so weiter für eine sichere Suche erzwingen. Das können wir auch mal anhaken. Hier unten hast du die Einstellung über die Protokollierung. Wenn du auf Client-IP anonymisieren machst, bekommst du nicht die vollständige IP angezeigt. Das ist vielleicht im privaten Netz eher unerheblich, wie lange du diese Protokolle aufbewahrst und wie deine Statistiken gespeichert werden bzw. vorgehalten werden. Das kannst du hier ändern. Ich klicke hier oben mal dann jetzt auf Speichern und die Konfiguration ist übernommen. Gut, dann gucken wir mal im nächsten Punkt rein, DNS-Einstellungen. Und hier siehst du auch, dass DietPi das schon hier für Unbound konfiguriert hat. Das steht auf Lastverteilung. Also hier empfehle ich dir, lass es so, wie es im Standard ist. Das hat DietPi für dich übernommen. Da ist diese Einstellung schon so, dass es mit Unbound und so weiter funktioniert. Dann gehen wir mal auf die Verschlüsselungseinstellungen. Hier kannst du HTTPS aktivieren. Mit deinem Zertifikat, was du hast, brauchen wir fürs lokale Netzwerk eher weniger. Bei Client-Einstellungen kannst du hier noch Clients hinzufügen und kannst für Clients separate Einstellungen vornehmen. Und zwar schauen wir uns dann gleich mal bei den Filter-Einstellungen an, was das für Einstellungen sind. Hier fügst du einfach einen Client hinzu, kannst dem eine Bezeichnung geben und einen Namen und kannst sagen, was das hier für ein Client ist. Das ist jetzt eine Kamera und so weiter. Und dann hast du hier die Möglichkeit zu sagen, du willst hier die Allgemeineinstellung benutzen. Du willst Filter und Host sperren über eine Sperrliste. Du willst diese Webservice benutzen. Also die Einstellungen, die wir jetzt global gemacht haben, kannst du hier noch mal pro Client durchführen. Insbesondere auch diese Dienstesperrung ist vielleicht auch als Kindersicherung geeignet. Und kannst hier noch mal einen separaten Upstream-DMS einstellen. Also das, was wir jetzt global eingestellt haben, kann man hier auch für Clients einstellen. Ist jetzt in meinem Fall vielleicht oder für die meisten nicht nötig. Aber wenn du vielleicht einen Client hast, der trotzdem irgendeine Internetverbindung braucht und eine Sperrliste umgehen muss, ist das vielleicht ganz praktisch hier einzustellen. Und unter DHCP-Einstellungen kannst du dort einen DHCP-Server definieren. Mein DHCP-Server läuft auf meiner Fritzbox. Da müssen wir im Anschluss noch ein paar Einstellungen durchführen. Deshalb benutze ich jetzt hier diesen DHCP-Server nicht. Wenn du noch keinen DHCP-Server im Netz hast oder den ersetzen möchtest durch AdGuard, kannst du diese Einstellungen hier durchführen. Unter Filter können wir hier diese DNS-Sperrlisten, das sind die Filterlisten, wonach der AdGuard sucht, um zu schauen, ob das jetzt ein Inhalt ist, der möglicherweise geblockt wird. Dann schauen wir mal. An Standard ist dieser AdGuard-DNS-Filter eingestellt. Jetzt hast du hier die Möglichkeit, mehrere Sperrlisten hinzuzufügen. Da gehe ich mal auf Sperrlisten hinzufügen. Du kannst jetzt hier aus einer Liste auswählen und bekommst Sperrlisten, die dir AdGuard zur Verfügung gestellt, angezeigt. Mit einem Haken kannst du diese aktivieren. Ich gehe mal auf Sicherheit bzw. auf Allgemein und sage hier diese AdWay-Blocklist möchte ich gerne haben und vielleicht diese hier und sage mal okay. Das ist aufgeteilt nach Sicherheit, nach Allgemein, Sicherheit, Regional, je nachdem in welchem Land du dich befindest bzw. auf Server aus einem anderen Land, die du zugreifst, gibt es hier nochmal spezielle Sperrlisten. Und dann hier unten unter Weitere kannst du hier zum Beispiel Windows, Buy-Blocker usw. auswählen. Das sind die voreingestellten Listen, die AdGuard zur Aktivierung mitbringt. Ich drücke mal auf Speichern und diese Liste, die ich jetzt hier ausgewählt habe, die wird hinterlegt bzw. es sind sogar zwei und die wird dann auch gleichzeitig aktualisiert. Siehst du hier, 6. März ist diese dann geladen und aktualisiert worden. Du kannst auch Sperrlisten zum Beispiel von Pyhole hinterlegen. Wenn du dort ein Pyhole schon im Einsatz hast und möchtest gerne diese Sperrliste übernehmen, kannst du das durchführen. Ich habe hier oben mal diese Firebox-Webseite aufgerufen und dort sind ja sehr viele Sperrlisten für Pyhole hinterlegt und zur Verfügung. Zum Beispiel hast du hier unter Advertising-Lists die ganzen Sperrlisten für Werbung. Du hast zum Beispiel diese addaway.org.hosts.txt. Diese Liste möchte ich jetzt gerne meinem AdGuard hinzufügen. Dann klicke ich mit der rechten Maustaste drauf und sage Link kopieren. Dann gehe ich wieder auf meine AdGuard-Seite und sage Sperrliste hinzufügen, eigene Liste hinzufügen, gebe dem Ganzen einen Namen. Ich nenne die einfach mal Hosts Sperrliste und füge diese Uhr ein und sage Speichern. Und jetzt hat er sich hier irgendwie einen Fehler gebracht. Warum? Wahrscheinlich darf ich hier das nicht so schreiben. Ich drücke mal auf Speichern. Ne. Da muss ich doch... Ach so, habe ich schon already added. Okay, das ist natürlich blöd. Ja, wie wir sehen, diese AdWay-Host-Liste ist natürlich genau diese, die er hinterlegt hat. Das ist natürlich ziemlich dumm gewesen jetzt von mir. Das heißt, unter AdGuard wird diese Liste schon zur Verfügung gestellt. Nehmen wir halt eine andere. Nehmen wir diese hier und ich kopiere die mit der rechten Maustaste. Sage Link kopieren. Gehe hier rein. Sage Liste hinzufügen. Eigene Liste hinzufügen. Nehmen die einen Namen. Ich nenne die jetzt mal Liste und vertippe mich nicht. So, Liste. Und gebe die Uhr hinein und sage Speichern. Und du siehst, diese Liste wird jetzt automatisch hinzugefügt. Hat 42.000 Einträge. Und so kannst du Listen aus Quellen, die dir bekannt sind oder die dir empfohlen werden, dann hinzufügen. Okay, gehen wir in die nächsten Einstellungen rein. Also hier verwaltest du unter Filter DNS Sperrlisten die Listen. Genauso kannst du natürlich auch Freigabelisten hinzufügen. Das heißt, es sind Listen, die erlaubt werden, wenn du dort welche hast. Du kannst einfach hier Freigabeliste hinzufügen und das funktioniert vom Prinzip genauso. Ich habe jetzt keine Freigabeliste, deshalb kann ich dir das jetzt in dem Falle nicht zeigen. DMS Umschreibung hast du die Möglichkeit, ich gehe mal auf hinzufügen, zum Beispiel eine Domain umzuschreiben in eine andere. Kann den ein oder anderen Anwendungsfall geben, wo das Sinn macht. Also wenn du jetzt einen externen Namen auf einen internen umleiten willst oder, oder, oder. Das kannst du hier erledigen. Gehen wir an den nächsten. Das sind die gesperrten Dienste und das ist jetzt ganz interessant. Hier hast du verschiedene Dienste von verschiedenen Anbietern, die du dann global sperren kannst. Zum Beispiel möchtest du nicht, dass Netflix geschaut wird oder irgendeinen anderen Dienst wie Snapchat oder Twitch oder was auch immer verwendet wird. Wenn du diesen Haken dann, beziehungsweise diesen Schalter umlegst, wird dieser Dienst gesperrt. Das heißt, die Clients können da nicht mehr drauf zugreifen. In meinem Falle brauche ich das jetzt hier nicht. Aber wie gesagt, kannst du hier einstellen, wenn das für dich relevant ist. Okay, dann gehen wir weiter und dann haben wir benutzerdefinierte Filterregeln. Und dort kannst du Domains eintragen. Du kannst auch Wildcard-Domains eintragen, Kommentare reinschreiben oder eine RegX-Regel dort hinzufügen. Also ähnlich wie das auch bei PyHole funktioniert. Gut, und das waren so die Einstellungen im Groben. Und wenn wir jetzt in die Übersicht gehen, haben wir natürlich immer noch nichts drinstehen. Und dafür konfigurieren wir jetzt als nächstes unsere Fritzbox. Damit der AdGuard als DNS-Server verwendet wird. Beim AdGuard gibt es ganz rechts den Punkt Einrichtungsassistent. Und der ist für dich jetzt ganz relevant. Und zwar haben wir dort unsere IP-Adressen, die wir brauchen, um die bei unserem Router, in meinem Fall ist es die Fritzbox, einzutragen. Bei mir steht jetzt hier natürlich schon so eine FD00-Adresse. Bei dir steht die möglicherweise nicht, sondern da steht dann vielleicht so eine offizielle IP-Adresse. Und natürlich deine IPv4-IP-Adresse. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen sammeln und mal ein bisschen drüber reden, warum das jetzt wichtig ist. Und zwar mit den ganzen neuen DSL-Anschlüssen und einer Fritzbox und so weiter bekommst du von deinem Internet-Provider zwei IP-Adressen zugewiesen. Eine offizielle IPv4-Adresse, das hier ist meine lokale, und eine offizielle IPv6-Adresse. IPv6-Adressen werden ja nicht genattet, sondern alle deine Geräte erhalten von der Fritzbox eine IPv6-Adresse. Zum Beispiel auch dein Raspberry Pi mit DietPi drauf. Dort ist IPv6 ja aktiviert. Und wenn du jetzt bei deinem Router als DNS-Server intern nur deinen AdGuard einträgst, dann bekommt er zwar für diese IPv4-Anfragen dort die Blocklisten hinterlegt, aber für IPv6 und dein Telefon oder dein Rechner hat ja auch dann in der Regel eine IPv6-Adresse zugewiesen, steht dann der ganz normale DNS-Server drin, der von deinem Provider zugewiesen wird. Und das müssen wir unbedingt ändern. Wir können dann aber nicht diese ganz normale offizielle IPv6-Adresse nehmen, die die Geräte intern bekommen, weil die sich natürlich ändert. Das ist eine dynamische. Also müssen wir eine selbst vergeben, und zwar eine lokale. Und das ist diese FD00. Klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Schauen wir uns jetzt aber einfach mal am Beispiel der Fritzbox an. Ich habe mich auf meiner Fritzbox angemeldet, bin in Heimnetz, Netzwerk, Netzwerkeinstellung gegangen. Und scroll mal hier weiter nach unten und habe hier dann die Möglichkeit, meine IPv4- und meine IPv6-Einstellungen durchzuführen. Als erstes geben wir die IPv4-Einstellung ein. Und zwar brauchen wir für unseren DHCP-Server, in der Regel ist das bei dir aktiviert, die Angabe unseres lokalen DNS-Servers. Und da tragen wir hier die 23 ein. Das ist unsere AdGuard-Maschine, sprich unser Raspberry Pi mit der 192.168.1.23, entsprechend bei dir zu Hause, deine eigene IP. Diesen trägst du hier als IPv4 ein und gehst dann auf Speichern. Damit natürlich auch die IPv6-Adressen dafür richtig angegeben werden, sprich der DNS-Server verteilt wird, müssen wir dort nochmal andere Einstellungen im Bereich IPv6 durchführen. Und da gehen wir jetzt gleich nochmal rein. Und zwar gehen wir dann runter in die Einstellungen und gehen in die IPv6-Einstellungen. So, und bei dir musst du jetzt Folgendes durchführen. Du musst, sofern das nicht bei dir aktiviert ist, das Router-Advertisement im LAN auf aktiv setzen und musst auswählen Unique Local Address, ULA, immer zuweisen. Da machst du hier einen Haken hin, gibst an FD00 und den Rest lässt du einfach frei. Das war's. Dann müssen diese Einstellungen auch gesetzt sein. Also hier IPv6-Präfixe zulassen und diese Fritzbox stellt den Standard-Internetzugang zur Verfügung, das Ganze auf Mittel. So, und dann kommt der ganz wichtige Punkt, DNS-V6-Server im Heimnetz. Und da muss ein Haken aktiviert werden. Und hier, hier tragen wir jetzt die IP-Adresse von unserem AdGuard ein. Wenn du diese Einstellung natürlich machst, nachdem du deinen AdGuard installiert hast, musst du diesen einfach nochmal neu booten. Das heißt, du änderst diese Einstellung, und zwar genau diese hier, nämlich dieses Unique Local Address. Das aktivierst du, gibst dieses Präfix ein, drückst auf Speichern und dann bootest du deinen Raspberry Pi neu. Und dann bekommt er nämlich so eine FD00-Adresse. Die wird dir dann hier angezeigt. Und diese, diese hier drinnen steht, die tragen wir jetzt einfach hier unten ein. Und zwar machen wir das jetzt mal. So, ich gehe jetzt mal hierher. Und du fängst am besten von hinten an, kopierst dir dort die Adresse raus, gehst in die Fritzbox, gehst hier rein und fügst das hier ein. Und dann gehen wir auf die nächste Seite. Und zwar hier, das ist diese F00. Das ist immer zwischen diesen zwei Doppelpunkten. Diese Adresse kopierst du. Und, komm her, so fügst die dann hier ein. So, Ctrl-V. Und jetzt gehen wir auf die nächste Adresse. Und das ist die 1FF. So, die kopiere ich auch. Ctrl-C. Und füge die hier ein. Ctrl-V. Und jetzt gehen wir auf die nächste Adresse. Das ist die letzte. Und dann gehen wir hier rein. Ctrl-C. Und hier, Ctrl-V. So, wenn wir das jetzt vergleichen. FD00, so ist der Präfix. Das hast du hier oben angegeben. Diese bleiben leer. Also, 0, 0, 0. Erkennst du auch, hier ist immer so ein Doppelpunkt, Doppelpunkt. Das bedeutet, da steht nichts. Deshalb fange ich immer von hinten an. Da kommt man nicht durcheinander. Und dann trägst du hier diese Adressen, diese Hex-Adressen, einfach hier ein. Und das ist dann hier deine Adresse von deinem Adguard. Hier unten sagst du DHCP-V6-Server im Heimnetz. Und zwar sagst du, dass du diesen V6-Server aktivieren willst und nur DNS zuweist. Mehr nicht. Und dann passiert folgendes. Wenn sich ein Gerät im Netzwerk anmeldet und seine IPv4- und IPv6-Adresse bekommt, bekommt sie die IPv6-Adresse, diese FD00 zugewiesen und die offizielle. Und der Router bzw. der DNS-Server ist dann hier der IPv6-Adressen von deinem Adguard. Ich bestätige das mal mit OK und melde mich hier an meinem Telefon an und bestätige das Ganze nochmal. Der Code ist eingegeben. Ich bestätige das mit OK und die Einstellung wird übernommen. So, jetzt haben wir alle IPv4- und IPv6-Einstellungen durchgeführt. Also, was haben wir getan? Wir haben in den DHCP-Einstellungen von IPv4 angegeben, welches unserer lokale DNS-Server ist, nämlich die IP-Adresse von unserem Raspberry Pi, auf dem Adguard läuft. Und wir haben unter IPv6 die Einstellung durchgeführt, dass wir eine ULA-Adresse vergeben und den der DNS-Server für die IPv6-Adresse dort hinterlegt. Und wenn du das Ganze per DHCP dann machst, starte am besten deinen Client neu und dann bekommt er auch diese Einstellung dann zugewiesen. Wenn du sagst, ich möchte die aber lieber erstmal testen und möchte das mal ausprobieren, ich möchte das jetzt nicht für alle durchführen, kannst du bei Windows deine DNS-Adressen dort eintragen. Das habe ich dir hier mal vorbereitet. Ich gehe mal in die Netzwerkeinstellungen von Windows rein und du kannst dann hier bei DNS-Zuweisungen sagen, bearbeiten und gibst hier deinen bevorzugten DNS-Server ein, nämlich die IPv4-Adresse für den Adguard und die IPv6-Adresse genauso. Das sind die Adressen, die hier dort drin stehen. Unter Windows bekommst du auch nochmal angezeigt, wie du das Ganze machst, wie du da hinkommst. macOS, Android, iOS und DNS-Datenschutz. Gut, brauchen wir jetzt nicht. Das sind die Route-Einstellungen, die haben wir uns ja gerade angeschaut. Aber das ist deine IP-Adresse, die IPv4 und die FD0-IPv6-Adresse, die du benötigst, damit deine Clients dann halt über beide Protokolle diesen Werbeblocker aktiv haben. Gut, ich öffne mal eine Webseite. Ich habe das ja jetzt bei mir schon eingestellt. Und dann gehen wir mal auf google.de und suchen mal irgendetwas. Und dann kriegen wir ja in der Regel Werbung angezeigt. Und jetzt schauen wir mal beim Adguard Home, ob hier auf der Startseite schon Werbung geblockt wurde. Und wie du siehst, habe ich hier 73 DNS-Anfragen und 16 sind gesperrt. Das heißt, die ganze Kiste läuft nun. Und du siehst auch hier, von welchem Client das kommt. Und wie du siehst, sind hier viele IPv6-Adressen. Bei vielen Tutorials bekommst du angezeigt, wie du deine IPv4-Adresse dann weiterleitest. Und die Leute wundern sich, hey, ich habe immer noch Werbung auf meinem Handy oder auf meinem Rechner. Klar, weil heutzutage IPv6 halt ein Thema ist, das jeden betrifft. Und dafür müssen wir natürlich die entsprechenden Einstellungen durchführen. Insbesondere, dass wir nicht diese 2003-Adresse nehmen oder wie die auch bei dir immer heißt, sondern eine eigene vergeben, die dann immer die gleiche ist. Damit wir auch nach einem Wechsel der IP-Adresse durch den Provider immer noch den richtigen DNS-Server IPv6 dort befragen für unseren AdGuard. Okay, so, jetzt sind wir soweit am Start. IPv6, IPv4 ist für AdGuard eingerichtet. Und jetzt kannst du deine Sperrlisten hinzufügen und kannst dann werbefrei durch das Internet surfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn du Fragen hast, dann schreib einfach unten einen Kommentar, dann beantworte ich dir all deine Fragen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin. Ciao, ciao.